Mein Name ist Vetsch Bruno, ich bin der Geschäftsführer der Vetsch Gebäudehülle AG in Graz. Wir hier im St. Galler Rindtal, speziell im Bezirk Werdenberg, haben sehr viele Föhnstürme und darum sind wir auf ein gutes Eindeckmaterial angewiesen. Aus diesem Grund auch wir gerne die struckten Dachplatten verlegen. Die struckten Dachplatten wird doppelt verschraubt und eingesetzt werden bis zu einer minimalen Dachneigung von 11 Grad, wo man sonst viele andere Materialien herum einsetzen kann. Dank am idealen Plattenformat haben wir eine sehr gute Verlegeleistung. Einmal bringt in einem halben Tag bis zu 60 Quadratmeter gut einzudecken. Wir haben schon viele Dächer mit den Strucktenplatten eingedickt und haben alle Freude, Kundschaft, Mitarbeiter und ich selber. Donner Rindtal